Hallo zusammen, ich bin Cheyenne. Willkommen bei der Stiftung Vivendrau. Und ich bin Angie und wir zeigen euch einen kleinen Einblick in unseren Lehralltag. Kommt doch mit! Ich bin Angie, bin 17 und mache eine Lehre als Assistentin Gesundheit und Soziales. Die Unterseiten meiner Lehre sind, dass ich mit Menschen arbeite und täglich neue Herausforderungen im Alltag habe. Ich habe mich für die Lehre entschieden, dass mir der Umgang mit Menschen Spass macht. Ich denke, ich kann die Lehre bekommen, weil ich mitgeholfen habe, Einsatz gezeigt habe und kontaktfreudig bin. Durch mein früheres Hobby, Fussball, habe ich gelernt, wie wichtig die Teamfähigkeit ist und kann das gezielt in meinen Beruf einsetzen. Ich bin Cheyenne, ich bin 23 und mache eine Ausbildung als FW im Behindertenbereich. Zu einer Seite im Beruf ist, dass es kein Tag wie der andere ist. Ich kann Klienten im alltäglichen Leben begleiten und einzelne Entwicklungsschritte beobachten und einen wichtigen Beitrag zu leisten. Ich denke, ich habe die Lehrstelle bekommen, weil ich vorher schon das Praktikum gemacht habe und schon diverse Erfahrungen mitnehmen konnte. Meine Eigenschaften helfen mir, dass ich teamfähig bin und auch Verantwortung für Projekte übernehmen kann. Wenn euch der Einblick gefallen hat, dann bewerbt euch doch jetzt! Erstmal